Musik Jo, servus und willkommen hier in meiner kleinen Klembau Steinecke. Wir schauen uns heute ein fiktives Raumschiff an. Aus dem Hause Blue Bricks nennt sich über Lichtraumschiff ein Meteor Set Nr. 101274 mit 987 Teile für 37,95. Ich zeige euch ganz kurz den Karton bzw. den Sticker da vorne. Der Rest standardmäßiger brauner Blue Bricks Karton. Muss man nicht viel dazu sagen. Ihr seht schon hier auf dem Ständer F wie fiktiv. Natürlich Blödsinn. Es ist natürlich das Raumschiff aus der Serie Captain Future. Deswegen auch hier das F. Und das Ganze ist die Komet. Oder soll es sie zumindest darstellen. Und ich finde sie... Ich habe mal vorhin, bevor ich jetzt hier die Aufnahme gestartet habe, das eine oder andere Intro und das eine oder andere Bildchen dazu angesehen. Es ist wirklich richtig gut getroffen. Zumindest für den Maßstab hier kann man nicht meckern. Das hier vorn, so wie ich das verstanden habe, das hier vorn ist wohl so eine Art Shuttle oder sowas, mit dem gelegentlich mal durch die Gegend geflogen wurde. Und das hier ist dieser Professor Simon oder Simon. Also ein schwebendes Gehirn. An das konnte ich mich nur noch dunkel dran erinnern. Ich muss mir echt die Serie mal wieder komplett geben. Ich drehe euch mal das Ganze hier, damit ihr es von allen Seiten bewundern könnt. Es gibt natürlich hier und da Schwachpunkte, auf die werden wir eingehen. Aber jetzt nur mal rein optisch ist das Teil gelungen. So, was von vielen beanstandet wurde, ist von die Cockpit-Sektion, dass die hier wackelt und abgeht. Habe ich jetzt hier in meiner Version nicht. Das sei aber zu sagen, das hier ist aus der aktuellsten Charge, die momentan zu haben ist. Ich glaube, momentan ist es sowieso online vergriffen. Aber aus der letzten Charge, die da kam, da entstammt dieses Raumschiff. Ich weiß nicht, bei älteren Chargen war wohl die Steinequalität... Naja, Mauer halt, wie wir es schon gewohnt sind. Mittlerweile ist die ja ziemlich gut. Aber es hält alles. Es hängt auch nicht wirklich. Doch, man sieht ein bisschen im Sucher. Schaut so aus, als würde es hängen. Das kommt wahrscheinlich auf die Perspektive drauf an. Doch es scheint doch durchaus zu hängen. Das liegt aber daran, dass hier drin einfach nur ein Stab ist, der die ganze Konstruktion, das ganze Gewicht hier hält. Es gibt auf YouTube den einen oder anderen, der das mit Kreuzachsen löst. Da scheint es wohl besser zu funktionieren. Ich habe es jetzt so gebaut, wie es halt vorgesehen war. Ich finde es jetzt nicht weiter tragisch, wenn man von vorne drauf schaut. Fällt es überhaupt nicht auf, dass es hängt. Ich muss sagen, aus meiner Perspektive fällt es auch nicht auf. Wenn ich aber jetzt in den Sucher schaue, jetzt schaut es hier wieder gerade aus. Es kommt halt wirklich darauf an, wie der Winkel drauf fällt und ob es so ausschaut, als würde sie hängen. Was auch öfter mal bemängelt wurde, ist, dass das Set beim Bauen auseinander fällt. Hatte ich nicht. Hatte ich zu keinem Zeitpunkt. Klemmkraft war hervorragend. Die Steine-Qualität sind halt Standardsteine, wie sie Blue Bricks immer verwendet. Also kein Go-Bricks oder sowas. Es sind die ganz normalen Standard-Blue Bricks-Steine aus dem Hause Kunlong. Und die waren okay. Was ich bemängeln könnte, wäre hier unten bei diesem Ständer hier, die Umrandung, die ist halt nur auf einer Seite mit Seaglems befestigt, auf der anderen Seite nicht. Das heißt, sie bewegen sich auf allen vier Seiten. Ich habe hier versucht, das Seaglemm reinzubasteln hier unten, um das Ganze zu fixieren. Aber eine Seaglemm ist zu dick, das funktioniert nicht. Darum wüsste ich jetzt keine andere Lösung. Vielleicht, wenn man ein bisschen bastelt, ein bisschen rumspielt, kommt man irgendwann mal auf eine Lösung. Aber so oft die Schnelle jetzt hier mal kurz was reinzimmern, damit es hält, habe ich jetzt nichts gefunden. Das Ganze hier ist aufgebockt auf Trans-Blue Round Bricks, zweimal zwei Round Bricks. Nicht mit transparenten Steinen, so jetzt habe ich hier den Jungen abgerissen. Das Shuttle hier, das steht hier nur auf einer Nuppe und steht hier über. Ich weiß gar nicht, ob es daher gehört. Ich habe es halt da hingezimmert, damit es halt irgendwo steht, das gute Dingens. Ist auf jeden Fall hier mit Trans-Blue Bricks hier aufgebockt, sage ich jetzt mal. Weil es passt optisch halt zum restlichen Schiff. Hier ist alles in Trans-Blue oder Trans-Light-Blue. Es müsste Trans-Blue sein, auch hinten. Ah, die Flügel und die Warp-Gondeln. Jetzt mache ich mich wahrscheinlich total unbeliebt. Die Warp-Gondeln, die Antriebs-Gondeln und hinten die 100.000-Sektion. Ja, hier hinten auf jeden Fall Heckantrieb. Was weiß ich, was weiß ich, wie das hasst. Hier oben nochmal so ein Sonnenschirm. Ja, doch ich finde es gelungen, hier das Ganze hier mit Technik-Bricks und Pins wurde es hier in diese Position gebracht. Es wurde so gebaut, also die Pins haben keinerlei Friktion, aber es wurde so gebaut, dass es sich in der richtigen Position dann einhakt. Also es kann nicht weiter nach unten klappen. Man kann es natürlich nach oben stellen, das wäre ja Blödsinn. Aber nach unten klappen kann es nicht. Hier die Flügel ebenfalls. Die können nicht weiter nach oben. Da ist dann Spannung drauf. Also kommen sie automatisch in die richtige Position. Das ist ganz witzig gemacht. Ansonsten war jetzt bautechnisch nichts dabei, bei dem ich jetzt so gesagt hätte, hoppala, jetzt habe ich hier Professor Simon abgerissen. Ich mache jetzt mal das kleine Teilige Döns weg, weil ich das Epos die ganze Zeit abreiße. Ansonsten war jetzt hier bautechnisch nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, alter Falter, das haben sie da gemacht. Ganz im Gegenteil. Was am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, hier gibt es keine, also zumindest kamen mir keine unter, zweimal zwei Dark Bluish Grey Plates vor, sondern alles Flat Silver. Und diese Flat Silver Plates, die wurden auch im Schiff verbaut, wo man sie hinterher gar nicht mehr sieht. Da dachte ich am Anfang, mir fehlt was oder es ist ein Fehler. Aber nein, die haben dann am Schluss alle gepasst und gehalten, beziehungsweise gereicht und ja, es wurde halt einfach als Standardstein verbaut. Auch nicht schlecht, ne? Auch nicht schlecht. Wer Flat Silver Plates sucht hier drinnen, habt ihr reichlich von. Ansonsten, ja ansonsten bin ich megamäßig angetan. Ansonsten, das Dingens hier gefällt mir, als ich es gebaut habe, hatte ich die ganze Zeit die Intro Musik von Captain Future im Kopf. Das hier ist übrig geblieben, viel kleinteilige Döns, der eine oder andere Brick, ne Fliese. Ermitteln wir mal die Größe. Wir haben hier auf dem Ständer eine Länge von 44 cm. Die breiteste Stelle dürften wohl die Flügel sein, die Warp-Gondeln in etwa 17,5 bis 18 cm. Und eine Höhe von, was sagt das Höhenmeter, sagt 18 cm. Hau dir dann auch wieder irgendwo hin, ne? Ja, ich mag es jetzt mal vom Ständer ab. Wenn es geht. So, ihr seht, es klappt sofort nach unten, ne? Es hat keinerlei Halt. Jetzt habe ich hier die Teile mit abgemacht. Die gehören eigentlich an den Ständer. Diese Round Bricks sind natürlich verstärkt mit Kreuzachsen. Wie soll es auch anders sein? Wie man halt so Ständerchen baut. Gut, sind hier die, ihr seht schon, die Bricks. Die sind natürlich jetzt im Raumschiff verschwunden. Was soll's, was soll's. Ich stelle das Teil jetzt mal hier ab und hoffe, dass es nicht runterfällt. So, der Ständer sieht so aus. So wurde er gebaut. Schönes F vom Captain Future. Danach wurde es gefließt. Mehr ist es im Grunde nicht. Es sind hier Powerage Plates, ein paar Plates mit Plates fixiert. Und das war's. Und dann kam eben hier dieses Außengedönse mit dran, befestigt mit Sieglems. Hier, das ist die Stelle, die ich meinte. Hier wollte ich nur einmal einen Sieglem ranbringen, um es dann einzuklipsen, aber es funktioniert nicht. Erstens mal würde man in etwa so weit vom eigentlichen Ständer wegkommen, weil die Sieglem ja so weit rausgeht. Und zum Zweiten würde man hier die Round Slope nicht mehr ordentlich aufpressen, aufnoppen können, weil die Sieglem zu dick ist. Ich wüsste jetzt keine andere Lösung, zumindest für diese Bauweise. Es gibt, man müsste wahrscheinlich den Rahmen komplett anders konstruieren, um es zu fixieren. Wurde jetzt nicht gemacht. Gut, ich kann jetzt damit leben, weil das Ding, hoppala, bei mir sowieso nur im Regal steht. Irgendwo neben den anderen Captain Future Raumschiffen. Nein, ich habe keine. Kommen mir gleich die Kommentare. Wo hast du die her? Nein, keine Captain Future Raumschiffe. Es kommt halt zu meinem anderen Space Zeug, sprich Star Trek. Na, geh rein. So, wenn ich es jetzt richtig getroffen habe, schon ist es wieder raus. Na, dann lässt es sich hier vermutlich korrekt aufnoppen. Man muss es schon richtig treffen. So, hier ist es drin. Da ist es drin. Und schon steht es gutes Stück wieder am Ständer. Wir bringen es wieder in die Ausgangskonfiguration. So rumkört der Junge. Für den haben sie hier eine Jumper Plate gemacht. Für die Sonde nicht. Naja, was soll's. Knoppen wir sie wieder da hinten drauf. Und dann hält es schon. So, so wird das Ganze jetzt immer im Space Regal verschwinden. Neben der Enterprise. Und was da so noch steht. Doch, ich finde es witzig. Ich finde es witzig. Die Bauanleitung natürlich. Es ist ein Blue Brick Special. Die Bauanleitung ist ein PDF. Alles wie gehabt. Die Bauanleitung war hervorragend. Neue Bauschritte werden blau umrandet. Auch das ist nichts mehr Neues oder Ungewöhnliches. Ach ja, das kann man hier im Übrigen drehen. Aufgrund der Konstruktion. Aber man muss es in die Mitte stellen. So in die Mitte. So. So. Genau. So müsste es richtig sein. An der Seite hier. Ja, im Film waren es irgendwelche Schirme. Oder in der Zeichentrick-Serie. Weiß nicht genau, was es sein soll. Es sieht sowieso recht space-mäßig aus. Recht abgehoben. Dieses Raumschiff. Ich glaube, ein Raumschiff. Würde man im Normalfall gar nicht so konstruieren. Aber was soll's. Damals sah es cool aus. Heute sieht es immer noch cool aus. Ich bin auf jeden Fall begeistert. Es hat auf jeden Fall den Wiedererkennungswert, dieses Raumschiff. Man erkennt sofort, was hier Sache ist. Die X-Form. Wahrscheinlich der erste X-Wing. Ist Captain Future älter als Star Wars? Ich glaube, Captain Future kam so 78, 79. Leicht vor meiner Zeit. Star Wars ist dann, glaube ich, doch noch ein bisschen älter. Ich weiß es nicht. Aber es ist wahrscheinlich der erste X-Wing, der offiziell über die Bildschirme geflattert ist. Dann hier schön weiß mit rotem Rand da vorne. Das ist so absolut unverkennbar, dieser Charakter. Gefällt mir, gefällt mir. So Leute, in diesem Sinne, das war eine Geschichte mit der Meteor. Hat sein müssen, dass ich die auch mal baue. Hatte ich schon länger vor. Habe es jetzt endlich getan, mir das Ding ins geholt. Habe es nicht bereut. Kein einziges Mal. Wo man aufpassen müsste, ist mir passiert. Gut, meckern auf hohem Niveau. Wenn man nicht guckt, wenn man mit den Gedanken wieder woanders ist. Die jeweiligen Flügel, also die parallel gegenüberliegenden, die zwei und dann die zwei. Die sind baugleich. Und es steht auch in der Bauanleitung zweimal. Wenn man aber nicht aufpasst, baut man einen, blättert nach unten und denkt sich, ah verdammt, das darf ich nochmal machen. Das ist ein bisschen sich wiederholend. Aber, mei, nicht weiter tragisch. Muss man halt durch. So ist es halt im Blätterwald. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Abonnieren nicht vergessen. Und ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Eierdorschen und baut was Schönes. Und ich sage Servus, bis zum nächsten Mal.